Und Stockholm wäre nicht Stockholm, wenn sich die Turniermacher nicht mit einem wunderschönen Schaubild von ihrem Publikum verabschieden würden. Impressionen von der Arbeit in der Stierkampf-Arena, und zwar vom Pferd aus. Bilder zum Genießen und danach folgen auch noch mal Bilder zum Genießen und zum Lachen. Musik 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 Ein Klassiker, im wahrsten Sinne des Wortes, der Arbeit mit Stierkampffäden. Musik Er verlangt unglaublich viel Disziplin und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Pferd und ganz, ganz viel Dressur-mäßige Arbeit und viel Vertrauen zwischen Reiter und Pferd. Ja, das soll wohl auch ein Klassiker sein, ganz eindeutig. Arnaud Gillette ist das. Und schauen Sie mal, auch so ein schweres, barockes Pferd kann sich ganz, ganz elegant präsentieren. Ja, da fehlt die Pferd-Rücke einfach mal. Applaus Und das ist sogar die Hohe Schule. Wie sie in Wien gezeigt wird. Und das kann durchaus auch ein Kaltblut mit Arnaud Gillette. Wir hoffen, Ihnen hat es Spaß gemacht, die Impressionen aus Stockholm zu verfolgen. Die Pferdezeit ist noch nicht vorbei. Und wenn Sie Lust haben, am nächsten Sonntag 19.